Hallo hallo liebe Leute da sind mal wieder weiter geht's mit der Season 2 mit Bicky und Daddy auf geht's ach da fällt mir grad mal was ein äh ja mhm genau so und wir spielen auf der 1.2 jetzt genau 1.4 ach so Entschuldigung es ist ja schon die 1.4 richtig wir spielen jetzt endlich was vernünftiges obwohl er war ja eigentlich die ganze Zeit schon ja wir spielen jetzt mit der 1.2.4 er hat inventar öffnet ja das ist jetzt neu bei der 1.2.4 dass man jetzt für jede Map seinen Erfolg sein Achievement extra kriegt also jedes mal neu für jede Map neu und so also warum habe ich keine Schaufel ich weiß nicht warum du keine Schaufel hast warum hast du keine Schaufel Alter warum sind hier ja warum warum ist hier Pflasterstein ich kann so einfach das von mir weil ich ja nicht all zu weit weg bin von dir ok ja ja wollt wohl so sein weil mitten in der Decke ist plötzlich Pflasterstein einfach mal so ja kann gut sein das kann ich mir nicht das gab mir jetzt zu denken du denkst aber dran mönsterchen sind wie immer on ja ja und ich höre schon den das erste skelett irgendwo rum krägeln hier fahrt fahrt und und hole und fahrt oder so fahrt genau ach ja als schon wie hat man es ja so schwer man muss sich die ganze Zeit räuspern ja oder Gurgeln Gurgeln und nochmal ja und wie so richtig die anderen klassische sind immer am lieblich so wie war das ist hier deine Böhle hier ne was sagste ist ja eigentlich dein Domizil hier wo wir uns gerade befinden deine Steinabbau-Bube mhm Alter Irgendwann wollten wir zusammenbauen waren wir so jedenfalls Ja wir auch aber aber was eigentlich ich und wie du richtig festgestellt hast wir wollten na wir werden auch noch irgendwas zusammen mit die Füße stellen wir gucken mal was Nettes und wie und wie ist der Server gerade ein bisschen am abträgen nur bei mir nicht ne bei mir bei mir die paar Steinchen ab sind sie plötzlich erst mal wieder da bei mir da ist er noch frei Che Was geht dich gerade ab? Wieso? then ich bin hammer Fett wieso wo bist du denn schon wieder? Nee die ich nicht ach so ach so alles so schick Prozent Prozent macht es sich in den es ist nun in der Möchner dann will ich dann gar nicht wissen da will ich nicht hin bei ihnen das sind mit so viel gespricht ich bin 8 die Spins in der Hand ist das ist die kleinen Hexien die er jetzt auch so spawnen die spawnen jetzt auch so und meistens paarweise betonen sie doch meistens nicht immer aber jetzt fängt es auch bei mir an zu lenken ja immer mal so zwischendurch so seine wächst dass er irgendwelche Blöcke nicht abbaut obwohl die weg sein müssen und so aber geht es wird kommen ja ja und so einstenssatz und verpackt man sich dort leistert weiter die Warte wir machen mit den Kunden wieder halber halber Ehm, ne. Me, ne. Alter, der geht jetzt aber richtig krass am Leggen. Jaja, bei mir auch kaum. Alter. Was geht denn da? Jetzt ist es besser wieder. Bei mir nicht. Ja, vielleicht der Download, den mache der... Ablog. Ja, Mann. Der dort alles ein bisschen, ne? Bei der Gelegenheit sei gleich nochmal gesagt, als Dark in YouTube angezählt wurde, wegen der Minecraft Musik als Hintergrunduntermalung. Ehm, werden alle zukünftigen Folgen ohne Musik sein. Also ebenfalls ohne Minecraft Musik. Also die Folgen dir jetzt schon seit, keine Ahnung, wieviel Monat oder Wochen? Seit Folge... Oh Gott, seit welcher Folge eigentlich? Ich glaube seit Folge 53 oder oder 49 oder älter. Auf jeden Fall also seit 4 oder 5 Wochen so. Oh, oder 6, ja. Mal sehen wir die hier hochkommen, ne? Weiß nicht. Weiß nicht, wieviel wir fortnommen haben. Aber wir, wir fortnommen haben. Ja, sind ja noch ein paar. Ja. Nachdem wir schon die erste Änderung mit deinen Folgen in Kauf nehmen mussten. Alter, es ist gerade wieder krass am Lecken. Hm, bei mir auch. Okay. Alter, oh ja. Die sind mehr da als das Wechseln. Über mir ist Obsidian. Über dir ist Obsidian. Über dir ist Obsidian. Dann passt man so schön auf. Dann ist über dir auch irgendwo äh, Lava. Äh, ich höre die aber über mir so ein Wassertropfen. Ja, ich höre auch Wasser über mir. Ich bin gerade hier in so einer Höhre hier. In so einer Mini-Höhre. Die du ausgehoben hast. Okay. Ich höre auf jeden Fall Wasser. Ach ja, wieso kann ich nicht so nah bei dir sein. Ja, ich bin ja Spitzack mit E-T102 oder so. Oder drei. Ah, das. Wieso kann ich nicht so nah bei dir sein? Ist das auch schon? B. Ohhhhhhhhhhhhhh. Ohhhhhhhh. Hatte aber auch Haltbarkeit, Reit. Okay. Hatte, 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 hatte. Hatte, hatte. Halt, hatte, hatte. Halt, hatte. Shindler, habe ich. Genau, wie ist das? Na, dinamanden? Ja, alter, als geht überhaupt nicht klar über das gerade abgeht. Ich schwörbar, ja. Ja, merkt auch so, all. Wenn die Schäuze sind, dann treffend nicht einfach. Ja. Ja. Opa, das geht überhaupt nicht. noch nicht mehr schätzt also ich habe auf jeden Fall irgendwo rechts von mir Lava mich hat nun links lasst es doch k m direkt die Recher Billings von Lava direkt neben rechts in Hamburg vor nicht nur heute nicht voll ich weiß was passiert ist ja so ein ganzes an die wir im Programm hat sich immer und ab dem mehr ab und zu tun müssen wollen macht mehr abdächtig abmeld abdächtig hat nicht so lange machen müssen noch nicht mehr er hat einen Scheiß-Sony ich mach sie kaputt mach kaputt und das geht Läder all das kann man Läden ja Alka Rundson ein eröffneter noch ein bisschen ich bin jetzt hier auch nicht klappt nun auch schon gute Fremd sind die Tiefen da weiß ich nicht auch nicht 52